. . . Geil! Jure, lass uns das machen! Du gehst dein Morgen früh hin und dann wirst du da spenden. Guck mich an! Sonst brauchst du eine Menge Kleber, um deinen Schweißbüter zusammen zu kleben. Ist das klar? Vielleicht musst du denen einfach mal zeigen, was du drauf hast. Hast du nicht nötig, ne? Familie unterstützen. Ruhe! Ich bin da da im Kuckel dran! Weißt du was? Nimm den Scheiß da! Und die Show? Wann ist die? Und die Show? Wann ist die? Ich bin da, ohne Christian. Wenn ich euch nicht in den Schiff oder in der Schiff mit euch brauche bin,